Das Foto, also das ist doch jetzt auf dem... Also das ist zwei Monate alt? Ja, ich glaube, ich habe das Foto sogar gemacht. Du hast das Foto gemacht, ja. Hast du mich wenigstens auf Instagram getaggt, dass ich das Foto gemacht habe? Ich glaube nämlich nicht. Copyright. Recht auf meinem Bild, ne? Ich weiß nicht mehr, wer das Foto rausgesucht hat, also keine Ahnung. Von links nach rechts, links ist Granady, mein neuer Partner für die Trackmania Grand League. Wir stellen jetzt um auf Duo und ja, er wird mein neuer Fahrer sein. Da war er noch bei Alternet. Dann ich natürlich. Nebendran haben wir den netten Lennart, der war auch auf der Lahn. Ich glaube, du hast aber nur gestreamt, glaube ich, dort. Wir haben das Ganze gecastet, ja. Gecastet, genau. Und daneben ist Barbos, der ist bei deinem Schweine-Aim-Racing-Team. Genau. Und ja, das waren die vier Macher auf der Lahn. Und der fünfte, der das Foto gemacht hat. Und der fünfte, der das Foto gemacht hat, natürlich, der, Entschuldigung, die fünften Macher. Ich gebe dir nie wieder Essensempfehlungen in Hamburg. Ja, und es waren schon ein paar nice Tage. Ja, muss ich auch sagen, es hat echt Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, ja. Es war mein erstes Trackmania-Event. War jetzt ein kleines Event, aber es war echt richtig nett, sehr nette Community. Es war cool, die ganzen Leute zu treffen, weil das war das erste deutsche Trackmania-Event auch. Also, es gab noch nie vorher ein deutsches Trackmania-Event. Und ich glaube, da werden noch viel mehr kommen.